Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von GateToTheGames und damit herzlich willkommen zu einem etwas anderem TCG Opening. Wie ihr schon seht, liegt hier ein Spellbook von Metazoo. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was ist denn überhaupt Metazoo? Metazoo ist ein absolut gehyptes Trading Card Game, stammt ursprünglich aus den USA und schwappt jetzt immer mehr zu uns rüber und wir haben das tatsächlich mittlerweile auch bei uns im Angebot und da dachte ich mir, ich stelle euch doch heute einfach mal eins der Produkte vor und das Spellbook fand ich tatsächlich am coolsten, denn das sieht tatsächlich wirklich aus wie ein Buch und ist halt so ein kleines Einsteigerpaket für Metazoo. Wir haben hier, schauen wir uns nachher natürlich auch an und machen mal auf, 10 Booster Packs drin, eine Promokarte, eine Coin, ein Regelbuch, 60 Seaf, eine Map und ein Token Sheet und tatsächlich ist das hier Cryptid Nation. Ich weiß gerade gar nicht, ob das das erste Set da was rauskam. Jedenfalls geht es in dem Set um Kryptiden, wem das nichts sagt. Das sind so, das sind nicht direkt Fabelwesen. Wie beschreibt man das? Das ist sowas wie Bigfoot und ja, also so eine Wesen, die vielleicht existieren, vielleicht aber auch nicht. Und die gibt es hier tatsächlich als Karten drin und wie schon angesprochen, das ist mega gehypt in den USA und jetzt könnt ihr es auch bei uns kaufen. Wir haben Starterdecks drin, wir haben dieses wunderschöne Bande, das sieht auch einfach nice aus, also das kann man sich auch einfach hinstellen, das ist halt wirklich wie ein Buch. Und hat natürlich auch seinen Grund, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dann würde ich sagen, ich mache das einmal direkt auf und dann schauen wir da einfach mal rein. So, ich habe es mal von der Folie befreit und das hat ja tatsächlich noch so ein extra Ziel an der Seite, wo auch nochmal Meta so draufsteht. Und man kennt ja, es ist wirklich gut gemacht, also man erkennt, ob es manipuliert ist oder nicht. Und wie gesagt, warum ist das hier ein Spellbook? Das liegt daran, dass man im Endeffekt beim Spiel selber eine Art Magier ist und dein Deck ist halt dein Zauberbuch und du kannst dir halt deine Zaubersprüche, deine Monster aus deinen Seiten des Zauberbuchs beschwören. Deshalb ist das ein Spellbook und es ist halt mega cool, also es ist, ich glaube, wer sich dafür interessiert und mal reinschnuppern möchte in ein neues TCG, ich darf es noch nicht kaputt machen da oben. Und sagt, Meta so ist es vielleicht, wir schauen uns gleich nochmal die Karten an, also die sehen nicht so aus wie normale Karten, sage ich mal, so was man kennt von den Artworks und so her. Dem kann ich das nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie teuer das im Shop ist, aber als Einsteigerprodukt auf jeden Fall und es sieht halt auch schön aus. Es ist nicht klein, es ist handlich, aber zum ins Regal stellen, das ist eine coole Idee, halt so als Zauberbuch. Hier haben wir einmal diese riesengroße Map mit den ganzen Kryptiden drauf und ein Spielplan tatsächlich auf der anderen Seite. Was haben wir denn hier alles? Also wir haben ja so viele verschiedene Kryptiden tatsächlich drin, einmal die Karte von den USA und was es da alles so geben soll. Da oben die 1 Mudlogs. Also ich habe mich mit der Thematik tatsächlich noch gar nicht befasst, beziehungsweise kaum befasst. Ein paar kennt man, zum Beispiel der Grim Reaper. Aber ansonsten, die schwarze Katze haben wir auch drin. Ich gucke mal gerade, haben wir? Ne, sehe ich auf jeden Fall gerade nicht. Doch, da haben wir Bigfoot, die 108. Jetzt müssen wir mal die 108 suchen und den finden wir in Alaska, da ist die 108. Mal gucken, ob wir gleich ein Bigfoot ziehen. Da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, für mich ist das auch komplett neu. Ich habe mich ganz, ganz wenig bisher damit beschäftigt, aber ich fand es halt spannend. Und ich wollte es euch nicht vorenthalten tatsächlich. Und hier seht ihr schon, so sehen die Karten aus. Das ist hier die Promokarte, Cryptide Nation. Und das ist tatsächlich eine Holo-Karte. Also die Holo-Karten haben hier so ein Holo-Background. Und nachher der Kryptid oder das Item oder so ist non-Holo. Und dann gibt es Reverse-Holos. Da wären halt die Kryptiden oder so Holo gewesen. Und der Hintergrund halt normal. Lassen wir auf jeden Fall sealt. Wir haben so richtig oldschool das Rulebook. Ganz dünne Seiten. Ist aber cool gemacht. Also das ist, das hat nicht so den Vibe. Das ist so ein 2021 Produkt oder 2022. Ich glaube, die sind 2021. Genau, die First Edition wäre 2020 gewesen. Sondern es wirkt halt so richtig alt und oldschool, aber es passt. Wir haben die Auren, die sind enorm wichtig. Ich werde aber wahrscheinlich heute gar nicht so auf das Spielprinzip groß eingehen. Sondern werde euch erstmal nur so die Karten zeigen. Wir haben ja einmal die Sleeves. Denn das Spielprinzip und alles zu erklären, wie gesagt, 100%ig bin ich da auch nicht drin. Und das wird einfach zu lang dauern. Wir haben hier noch eine Coin dahinter. Das ist ganz nett. Aber beiseite. Wir haben 10 Booster Packs, die sehr, sehr wild aussehen. Gucken wir gleich mal rein. Und wir haben Tokens. Und da haben sie schon ein paar rausgemacht. Das sind glaube ich die Elemente, oder? Oder sind das Eigenschaften hier? Sehe ich schlafen. Also wir müssen uns damit mal beschäftigen. Wenn ihr sagt nach dem Opening, das interessiert euch, dann machen wir mal ein richtiges Video zum Meter so. Wie spielt man das? Wie läuft eine Runde ab? Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. Wir machen das Ding, wie gesagt, heute erstmal auch. Das Spellbook. Öffnen die 10 Booster. Gucken uns mal ein bisschen die Karten an. Schnuppern da mal so ein bisschen rein. Und ja, es waren gerade die Coin, die mir runtergefallen ist. Ist das eine Metallcoin? Ich weiß gerade gar nicht. Also, die ist aber, die sieht gut aus und macht einen besseren Eindruck als die Pokémon Coins. Schon mal ein Pluspunkt. Ist natürlich wesentlich, wesentlich kleiner. Aber, ja. So, hier haben wir die Booster Packs. Wie gesagt, ich weiß nicht, was hier, welche Kryptiden das sind. Ich hole mir nochmal ganz kurz die Map. Und schau mal unten auf den Plan. Dafür ist es ja da. Das ist Hodak. Noch nie gehört das. Aber es sind halt auch die englischen Namen. Gleich würde man das im Deutschen kennen. Aber, so das, das ist der Mottenmann. Mothman, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir hier eine Kuh. Was ist das aber für ein Ochse? Was ist das? Müsste ja hier wieder draufstehen. Wenn ich es finden würde, tatsächlich. Guck mal her. Wo haben wir dich denn? Ich finde ihn tatsächlich nicht. Warum bist du auf den Boostern drauf? Ne. Also, den suche ich tatsächlich hier vergebens. Wenn sich jemand damit auskennt und das Video seht, schreibt mir das sehr, sehr gerne drunter. Warum dieser Ochse, dieser Bulle, dieses was auch immer, auf den Boostern drauf ist. Weil ich finde den nicht. Aber auch hier, Paul Bungeon und Babe. Das ist scheinbar Babe. Also, wie gesagt, ich kenne mich mit Hitthermatik nicht so aus. Und wir schauen einfach mal rein. Und das letzte. Die gibt es, glaube ich, die gibt es, glaube ich, nur als rohle Karte. Die ist auch gar nicht so schlecht. Und das ist... Lass mich gucken. Ich muss wieder aufklappen. Es ist heute so ein chaotisches Video. Aber wie gesagt, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Das ist der Piazza Bird. Ich muss nachher nach dem Video mal gucken. Und wie gesagt, wenn ihr Lust auf ein zweites Video zu dem Game habt, wie man das spielt. Und vielleicht so ein bisschen die Regeln und den Hintergrund. Dann recherchiere ich auch mal ein paar deutsche Namen. Denn ich glaube, das ist auch ganz interessant. Das sagt dann vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen mehr. Und wir haben hier, wie gesagt, 10 Booster. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Vielleicht ziehen wir ja ein Bigfoot oder irgendwas, was ich kenne. So, erstmal die Booster aufmachen. Geht erstmal schwer. Ich will natürlich die Karte noch nicht kaputt machen. Ich weiß auch nicht, ob man... Ich könnte mir vorstellen, du ziehst immer eine Reverse Holo. Oder Holo. Aber ich weiß es nicht. Erstmal die Rückseite der Karten passend zum Spellbook. Also es ist halt wie eine Seite gestaltet tatsächlich. Und die Karten fassen sich auch ein bisschen rauer an als Pokémon-Karten. Wir gucken mal rein. Wir haben einen Lightning Bolt. Pyrokinetischer Blast. Die sieht geil aus. Skeletons Lanterns. Grounding. Lightning in a Bottle. Okay. Power Up Blue. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine Reverse Holo, wenn ich das richtig kenne. Space Pensions. Okay. Interessant. So, das müssten die Auren sein. Die braucht man, um die Karten auszuspielen. Und das hier müssten sowas wie... Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Wie heißt das? Das sind Terror Pages. Das sind sowas wie Plätze. Denn ich würde nicht ganz so viel drauf eingehen. Aber das... Du kannst mit dem Kartenspiel... Das hat halt so einen Force Wall Effect, wie man es so schön nennt. Der hier hat leider gerade keins. Die Space Pensions. Aber ihr könnt halt das Symbol sein von... Da fließt ein Fluss lang. Und dann hat die Karte halt noch ein paar Extra-Effekte. Das macht das Spiel halt so spannend. Und das Lustige... Oder das Besondere daran ist... Auch deine Umgebung kann tatsächlich Einfluss darauf nehmen. Also es geht nicht nur mit den Terror Pages. Sondern auch deine Umgebung nimmt Einfluss auf das Spielgeschehen. Das heißt, wenn es regnet... Können halt bestimmte Wasser... Monster oder Wasser-Krotide... Mehr Leben haben. Mehr Schaden machen. Das ist auf jeden Fall mega interessant. Also ich hätte auf jeden Fall Lust auf ein zweites Video. Und dann würde ich da mal ein bisschen genauer reinschauen. Und euch das noch ein bisschen erklären. Nochmal Skeletons, Lanterns. Das haben wir hier. Enfield Monster. Unsichtbarkeit. Was ist denn das? Ein Squonk. Okay. Unten... GG Bird. Der sieht aber geil aus. Das ist eine geile Karte. Allein vom Optischen ist die nice. Und hier sieht man schon... Die hat 25... Die macht 25 mehr Schaden. Wenn ich das jetzt richtig... Verstanden habe. Auf ihrer Attacke G-Freeze. Die nochmal 15 macht. Macht die 40, wenn es draußen schneit. Oder man in Terra gespielt hat mit Schnee. So habe ich das jeden Fall verstanden. Und scheinbar bekommt man immer eine Terra-Page und eine Aura-Page mit dazu. In jedem Booster. Aber die müssten eigentlich auch alle hier drin sein. Also man hat hier ja so Auren und so mitbekommen. Ich weiß nicht, ob da nur Auren drin sind oder auch Terras. Steht hier was dazu? Ne. Steht hier leider nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Auren und Terras sind. Aber es ist lustig. Also es macht Spaß. Und die Karten, die sehen halt komplett anders aus. Und es war halt mega gehypt. In den USA. Und wie gesagt, es ist jetzt so ein bisschen rübergeschwappt. Und ich kann es so ein bisschen verstehen. Also am Anfang, wo ich die Karten gesehen habe, dachte ich mir erstmal so. Was ist das denn jetzt? Aber wenn man sich so erstmal minimal reingelesen hat. Oh ja. Drachenatem. Könnte das ganz interessant sein, tatsächlich das Spiel. Aber man muss sich da halt wirklich mit fassen. Und wir ziehen ja tatsächlich unsere erste Holokarte mit dem Erdkern. Okay. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann tappt man den. Wie bei Magic. Ich spiele leider selber kein Magic. Ich habe davon auch nicht so viel Ahnung. Und dann kann man aber mit diesem Erdkern zwei Auren von Gestein oder Erde generieren. Also klingt erstmal nach einer spielstarken Karte tatsächlich. Und ist eine Holokarte. Also eigentlich muss die gut sein. Ich lege sie mal hier hin. Wie gesagt, wenn jemand das Video schaut, der sich mit Meta so ein bisschen auskennt. Schreibt mir ja sehr, sehr gern irgendwas drunter. Falls ich was falsch sage. Oder wenn ich hier eine absolut gute Karte ziehe. Die man auch wirklich, die auch wirklich spielstark ist. Dann schreibt mir das sehr, sehr gern drunter. Ich lese mir das durch. Also. Ich bin so ein bisschen hooked auf das Game. Und wir machen einfach mal weiter. Ghost Deer. Okay. Balancing Beam. Hagen Molly. Power Up Green. Und nochmal Ghost Deer diesmal als Reverse-Holo-Karte. Ist halt auch eine interessante Idee mit dem Reverse-Holo-Pattern. Dass man einfach die Monster beziehungsweise die Kryptiden als Holo macht. Und die normale Holo lässt man die halt und macht den Hintergrund-Holo. Ist eigentlich relativ simpel gehalten. Aber ist eine coole Idee. Weil die Booster gehen teilweise relativ schwer auf. Aber das ist auch in Ordnung. Oh. Und falls ihr sagt. Das sieht erstmal ganz interessant aus. Dieses Meta-Zoo. Dann checkt sehr, sehr gern mal unseren Instagram-Kanal ab. Da läuft nämlich unser monatliches Gewinnspiel. Und da könnt ihr unter anderem zwei Spellbooks von Meta-Zoo gewinnen. Und wer weiß. Wenn ihr das dann auspackt. Vielleicht ist das denn ja was für euch. Sieht ja auch interessant aus. Kentucky Hellhound. Und nochmal der Erdkern. Wieder als Holo-Karte. Zum zweiten Mal gezogen. Wahrscheinlich dann doch nicht so selten, sage ich mal. Aber. Allein so wie es ihr erstmal liest. Mit den Effekten. Hört sich das für mich erstmal nach einer guten Karte an. Wie gesagt. Wenn das jemand spielt. Sich damit ein bisschen ausgehen. Schreiben wir mal rein. Vielleicht ist das ja auch eine absolute Shit-Karte. Und die sollte in kein einziges Deck rein. Und jetzt habe ich hier wieder so ein Booster-Wisch. Das überhaupt nicht aufgehen will. Oh Gott. So, aber so ein Bigfoot würde ich jetzt hier gerne draus ziehen. Wir haben hier wieder dieses Batsquatch. Wieder das Ghost-Deer. Der Water-Gun. Oh Mann ey. So simpel gehalten. Aber ist das geil. Uh. Zero Alligator. Geil. Mit einer Pizza in der Schnurde. Nochmal Drachenarten. Nochmal Lightning in the Bottle. Light Beam. Und Loveland Frogman. Die sieht ja auch geil aus. Kommt auf jeden Fall hier mit hin. Flammaura. Okay. Also, je mehr ich mir die Karten angucke, desto mehr möchte ich eigentlich über das Spiel so ein bisschen erfahren. Jetzt ärgert mich, dass ich vorher nicht so viel reingeguckt habe. Aber es war leider noch keine Zeit dafür da. Was ist denn das? River Dinos. Geil. Ist ne coole Karte. Enfield Monster. Nochmal Hagen Molly. Nochmal das Quonk. Und die nächste Hulu Karte. Ne Leute. Also, den Namen spreche ich jetzt nicht aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die krass ist. Weil die so viele Effekte da links hat. Aber die sieht cool aus. Ist ne Rare. Also, ich weiß nicht. Ist das ne Rare Karte? Also, die hat halt so einen leuchtenden Stern unten. Aber ich denke. Geh mal davon aus, das haben alle Holo Karten. Da muss ich mich nochmal informieren. Aber die Karten. Die Karten sieht richtig nice aus. Und tatsächlich ist Metasu so ein bisschen im Hype gewesen. Als Pokémon so ein Mega Hype war. Und Metasu wurde dann so ein bisschen gefeiert. Hier macht das Pokémon so vielleicht Konkurrenz. Also, ich glaube, auf gar keinen Fall. Und bisher hat man im europäischen Raum auch nicht so viel davon gehört. Ich meine, es kommt jetzt so ein bisschen rüber. Die Mermaid Scales. Okay. Aber aktuell kann ich mir auch von dem, was ich halt so bisher gelesen habe, noch nicht vorstellen, dass das irgendwie so das krasse Ding wird. Ich meine, ich kann mich täuschen. Aber wer weiß, wenn man nie damit anfängt, beziehungsweise wenn keiner damit anfängt, dann kann es auch nicht groß werden. Aber gerade mit diesen Post-World-Effects, mit dem Real-Life-Effekt noch dazu, ich kann mir vorstellen, dass man so eine Casual-Runde, Runde, Casual-Runde, ganz gut Spaß machen kann. Da haben wir einmal die schwarze Katze gezogen. Dann haben wir mal der Light Beam. Stone Skin. Und diesmal Batsquatch als Reverse-Solo. Ground und Light Aura. Und dann sind wir tatsächlich schon fast durch. Das letzte Booster jetzt noch. Ich würde einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr daran mehr Interesse habt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, dann lasst einfach einen Daumen nach unten da, dass ihr einfach seht, okay, mehr versuche, dann habt ihr einfach keinen Bock drauf. Weil, wenn ihr sagt, das interessiert euch nicht, dann brauchen wir oder auch keinen weiteren Videos zu machen. Aber ich wollte es euch, wie gesagt, einfach mal vorstellen. Vielleicht interessiert sich auch einer gerade so für diese Thematik. Kryptiden und so. Und das ist ja dann natürlich gerade ein cooles TCG. Ich glaube, da gibt es natürlich auch mittlerweile andere Sets. Aber das ist gerade so das Set, was bei uns in Europa angekommen ist. Cryptid Nations. Und hier haben wir noch Madlogs, der Dinge ist, die ich jetzt nicht beschreiben möchte, noch als Reverse-Holo. Aber ja, dann sind wir tatsächlich durch. Und wir haben drei Holo-Karten gezogen und ich kann mir vorstellen, dass diese nicht aussprechbare Karte ganz gut sein könnte. Dann würde ich aber sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, deswegen gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, mehr davon oder erzähl uns mal, wie funktioniert das Spiel überhaupt. Oder dislike das Video und dann sehe ich einfach, okay, kein Interesse da, weil dann müssen wir auch kein zweites Video dazu machen. Dann würde ich aber trotzdem sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr mehr Lust darauf habt, weil auch nur dann würde ich sagen, komm, ich lese mich da mal rein, stell es ein bisschen vor. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, Gewinnspiel auf Instagram. Checkt das sehr, sehr gerne mal ab. Da könnt ihr, wie gesagt, zwei von diesen Spellbooks hier gewinnen, die wir heute aufgemacht haben. Also, zwei Personen können einen Spellbook jeweils gewinnen. Dann haben wir noch ein paar Pikachu Boxen und das Yu-Gi-Oh! Duels from the Deep könnt ihr auch gewinnen. Das gibt es einmal. Das ist wahrscheinlich so der Hauptgewinn, sage ich mal. Aber checkt das sehr, sehr gerne aus. Was ihr denn machen müsst, um zu gewinnen, erfahrt ihr dann. Und am Instagram Post ist natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!